Macht das wunderbar! Was ist denn da los? Hallo und herzlich willkommen zu LoL Kompakt, dem wahrscheinlich kompaktesten Format, seitdem Faker Lucien in der Mitte perfektioniert hat. Mein Name ist Niklas, aka Behart mit Bart und ich werde diese Woche für Kalle einspringen, der auf der Gamescom ist. Natürlich ist LoL Kompakt immer noch durch eine Produktplatzierung unterstützt und wir haben auch diese Woche wieder für euch eine wunderbare Western Digital Black SSD Card mit 512 GB Speicher. Die Gewinnspielauflösung gibt es natürlich wie immer am Ende und in dieser Woche möchte ich, dass ihr das nächste LCK-Spiel, das Final eigentlich schon, zwischen Longso Gaming und SKT bewertet. Also dazu einfach in den Kommentaren so ein bisschen den Score hinschreiben, was denkt ihr, wie das Spiel ausgehen wird. Das ist ein Best of Five und dann werden wir den Gewinner wieder draus auslosen. Ja und wo wir bei der LCK sind, bleiben wir auch gleich dabei. Das Match of the Week ist in dieser Woche KT Rollster gegen SKT geworden. Das ist ein wunderbares Best of Five. Guckt es euch auf jeden Fall an. Ich komme nachher immer noch mal ein bisschen dazu, wie es ausgegangen ist. Ab jetzt wird er noch wieder gespoilert, deswegen fangen wir direkt an mit der ULCS. Also let's go! In der ULCS sind wir jetzt schon in den Playoffs angekommen und da hatten wir direkt am Anfang eine sehr interessante Begegnung. Unicorns of Love gegen Misfits und dabei muss man sagen, Misfits hat nicht super mega gut gespielt, aber Unicorns of Love, die haben in einer sehr, sehr schlechten Verfassung sich gezeigt an dem Tag. Deshalb kam es im Endeffekt auch zu einem 3 zu 0 für Misfits, wo die Spiele doch alle recht eindeutig waren. Im ersten Spiel versuchte Unicorns of Love sich mit einem Trundle-Support durchzusetzen, natürlich mit Arden-Sensor. Da muss man aber sagen, musste man sich einfach der gottgleichen Performance von Igna auf Blitzcrank geschlagen geben. Dieser schaffte es, Hans Summer richtig gut ins Game zu bringen und konnte ihm da in der Early-Game-Laning-Face schon den ein oder anderen Kill verschaffen. Und Hans Summer, richtig gut gespielt, konnte diesen Lead ausbauen und wurde am Ende des Spiels tatsächlich mit einem Pentakill belohnt. Zweites Game, ähnliches Prinzip, bloß diesmal war es Power of Evil, der tatsächlich mit einem gefiederten Carry nach vorne kommen konnte und das Spiel holen konnte. Dieser hat sich tatsächlich für Lucian in der Midlane entschieden und konnte durch einen sehr frühen Gang von Maxlore, von Poppy, gut ins Game gebracht werden, muss man sagen, und hat da Exile den ersten von einigen Toten beschert. Ja, außerdem gab es in diesem Spiel sehr, sehr viele Ignite-Kills. War auf jeden Fall ein sehr heißes Game. Power of Evil wurde zwar das ein oder andere Mal gecatcht, konnte sich aber trotzdem im 1v1 eigentlich immer gegen Exile mit Kasadin durchsetzen. Und ja, im Endeffekt hat man so dann das Spiel gewinnen können. Im dritten Spiel haben wir tatsächlich sogar einen Kane begutachten dürfen auf Seiten von Misfits. Die haben damit so ein bisschen auf die Frontline verzichtet. Es war kein hundertprozentiger Tank da, aber man hatte auf jeden Fall genügend Damage. Und gerade mit dieser Jarwin-Uriana-Kombo konnte man in Teamfights richtig, richtig gut bestehen und sich auch so dieses Spiel holen. Auch Ignar ist da wieder positiv hervorzuheben. Der hat sich in dem Game für Thresh entschieden und mit den Hooks war er auch wieder on point. Konnte da die ein oder andere Eröffnung im Teamfight finden. Damit also ein sehr eindeutiges und sehr verdientes 3 zu 0 vor allen Dingen für Misfits. Herzlichen Glückwünsch, Höppelde Peps. Und die zweite Playoffs-Begegnung, die wir tatsächlich in dieser Woche hatten, war G2 gegen Splice. Und da muss man sagen, generell konnte sich G2 durchsetzen. Lag nicht zwingend daran, dass sie weniger Fehler gemacht haben als Splice, aber daran, dass sie mehr ausbügeln konnten. Nach dem ersten Spiel sah es tatsächlich so aus, als wäre alles offen. Das zweite und das dritte Game sahen so ein bisschen nach Eigensabotage von G2 aus und die musste man abgeben. Und ja, in den letzten beiden Spielen hat man eigentlich gemerkt, dass die Teams schon sehr müde und erschöpft waren. Ja, und bei den Spielen, vor allen Dingen beim letzten, möchten wir Mithy hervorheben. Der ist auf jeden Fall der MVP des Games gewesen, konnte hier durch wunderbares Zoning Oriana die ganze Zeit aus dem Fight raushalten und hat sie so lange cc'd, bis sie ihre Shockwave nicht mehr gewinnbringend anbringen konnte. Fnatic und H2K, die beide warten jetzt also im Halbfinale auf die Gewinner. Und die werden nochmal ziemlich harte Brocken werden, wenn sie in Topform sind. Die Halbfinal-Games in der EU-LCS werden also super spannend. Ja, und super spannend war es tatsächlich auch in der EU-Challenger-Series, beziehungsweise in der Promotion und Relegation zu EU-LCS. Denn da haben viele Leute eigentlich damit gerechnet, dass sich die LCS-Teams oder die ehemaligen LCS-Teams vielleicht gut behaupten können. Sogar Maimo musste sich Schalke in einem 3 zu 2 geschlagen geben. Und auch Nip hat es nur geschafft, ein Spiel gegen Giants zu holen, obwohl sie ja kurz zuvor noch Fnatic besiegen konnten, die das beste Team in der EU-LCS sind momentan. Aber man muss sagen, durch das Double-Elimination-System ist für jedes Team noch die Chance da, aufzusteigen. Wobei jetzt schon garantiert ist, dass eins der ehemaligen LCS-Teams absteigen wird und eins der ehemaligen Challenger-Series-Teams aufsteigen wird. Welches das sein wird, werdet ihr in der nächsten Woche natürlich live von uns gecastet sehen. Hier auf Summoners Inn Donnerstag sind die ersten wichtigen Games. Kommen wir schon als nächstes direkt zu den ALCS. die sind nach einer kurzen Pause jetzt auch in den Playoffs. Und da hatten wir direkt am Anfang ein sehr interessantes Game. Dignitas gegen Cloud9 war die erste Begegnung und dabei konnte sich Dignitas mit einem 3 zu 1 wirklich sehr souverän durchsetzen. Man muss sagen, TSM könnte ein schwerer Gegner werden. Wenn Dignitas aber in Topform ist, sollten sie auch diesen Gegner besiegen können. CAG muss tatsächlich als nächstes gegen Immortals ran und das könnte nochmal schwer werden, da die Begegnung gegen Envy heute bzw. gestern alles andere als eindeutig war. Envy hätte tatsächlich in 4 der 5 Games die Möglichkeit gehabt zu gewinnen. Im ersten Spiel musste man allerdings eine Niederlage kassieren, weil man sich einen Baron hat spielen lassen. War sehr, sehr knapp insgesamt. Die Bot-Lane um Apollo und Hakuo von Envy sind allerdings in jedem Game positiv hervorzuheben. Sie lagen eigentlich immer vorne, selbst wenn es match-up-bedingt nicht zwingend danach aussah und haben eine wunderbare Performance und Synergy an den Tag gelegt. Oder an die Nacht. Aber es war ja Nacht. Die NA-LCS wird natürlich trotz der Gamescom auch wieder von uns bzw. mir übertragen und gecastet. Kommen wir schon als nächstes zur LCK und endlich, endlich dürfen wir die wieder übertragen. Und da sehen wir SKT wieder in Hochform. Im ersten Spiel ist tatsächlich SKT über Samsung Galaxy einfach nur drüber marschiert mit einem 3-0. Und da hat Faker einfach ein paar Mal Lucian ausgepackt und der Welt gezeigt, wie man Lucian Midland zu spielen hat. Endlich hat er wieder eine positive Winrate-Lucian. Richtig schöne Games. Im nächsten Spiel dann, gegen Katie Rollster, sah es gar nicht so gut aus am Anfang. Man musste erst mal zwei Siege an Katie Rollster abgeben. Dann hat man aber die Taktik gewechselt, auch Blank in den Jungle wieder reingeholt und konnte den kompletten Reverse-Tweep durchführen. Und da ist nochmal eine ganz witzige Anekdote. Eigentlich von einem Jahr hat Katie Rollster genau das, genau bei den Summer Finals mit SKT gemacht. Also da hat man sich jetzt so ein bisschen revanchieren können. Ja, in der ESL ist in letzter Zeit ja nicht so viel passiert, aber wir haben auf der Gamescom wieder das Finale für euch. Live übertragen, live gecastet zwischen Maimo und Attempting to Reconnect. Also schaltet da auf jeden Fall ein am 26.8. Ja, King of Spandau-Turnier muss leider diese Woche ausfallen wegen der Gamescom, aber am 29. und am 30.8. sind die Playoffs. Und am 4.9. wird das Finale live auf der Eva übertragen bzw. gespielt. Da könnt ihr auch auf jeden Fall dabei sein. Mehr Infos zu Tickets etc. findet ihr unten in der Videobeschreibung. Schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Ja, und vorbei ist ein gutes Stichwort, denn LoL Kompakt ist leider schon wieder vorbei. Ich weiß, war super kurz. Keine Sorge, Kalle ist nächste Woche wieder am Start, wenn er zurück ist von der Gamescom. Ich hoffe trotzdem, dass es euch so ein kleines bisschen gefallen hat. Und der Gewinner des Gewinnspiels, der Gewinner der Gewinner, der ist Schoko Drizzle. Herzlichen Glückwunsch, du hast eine neue SSD-Karte gewonnen. Wir melden uns bei dir auf jeden Fall. Herzlichen Glückwunsch. Hau da rein, euer Bart mit Bart. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch.